Es kommt ein Wechsel in die verwandte Terztonart, das nennt man Mediahn, in der Musiksprache. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen werden, weil Anton Bruckner sich das von ihm ausgebildet hat. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen. Das hat der Schubert gerne verwendet, zu dem wir dann als Letzten zurückkommen. Das hat der Schubert gerne verwendet. Das ist gut.